Wolltest du mich ein Stückchen mitnehmen? Ja, kein Stückchen. Ähm, Jule. Ja, hi. Wo und fährst du eigentlich? Nach Portugal. Ich versuch meinen Freunden. Ah. Nächste Haltestelle. Hallo! Hallo! Guck mal, gleich sind wir in Frankreich. Tschüss, Balgian. Bonjour la France. Frage, was uns als Menschheit insgesamt weiterbringt. Konkurrenz oder Kooperation? Konkurrenz. Kooperation? Ich meine, warum hätte ich dich sonst mitgenommen? Was? Monogamie ist kulturell programmiertes Unglück. Ja! Einzelungsstrategie des Kapitalismus. Weißt du, dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen allein zu sein. Null! Der Mensch, der schüttet Stresshormone aus, wenn er alleine ist. Schon nach ein paar Minuten. Was war das? Zärtliche Berührung. Kildstresshormone. Was ist das eigentlich bei dir? Hast du eine Freundin? Nee, gar nicht. Vielleicht willst du nicht, dass dir jemand nahe kommt, also wirklich nahe kommt. Ey, Juli, jetzt mach mal einen Punkt, ey. Das ist doch vollkühler Blödsinn. Ehrlich gesagt habe ich das auch, glaube ich, dieses Nähe-Problem. Verliebnis tue ich mich ja nicht hier, sondern hier. Und hier. Los komm! Oh, 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 we move like night now Kennst du dieses Gefühl, wenn du bei dir bist und es genau richtig da, wo du grad bist? Oh, 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 we move like night now Dieses Gefühl angekommen zu sein Also daran merke ich immer, wenn ich verliebt bin Nun, wenn du bei dir bist du? Das Ge priests und ich weiß, wie du bei dir bist Ich beantre dich imались Wunsch im Säge Wenn du wirst dich, du bist Wunsch im Säge Wunsch im Säge